Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Alles gut? So, komm her. So. Du gehst zu plötzlich? Und allein ist das schön, ne? Ja, hallo. Hallo. Wo bist du? Wo bist du geblieben, ne? Wo bist du geblieben? Da bin ich, ne? Und morgen gehst du auf die Reise, ne? Du unruhiges Hemd, du, ne? Was bin ich? Ein unruhiges Hemd, ein Power-Fogel, ne? Ja? Du musst immer erst irgendwie runde fliegen, bevor du auf die Hand kommst, ne? So. Ja? Du musst immer erst irgendwie runde fliegen, ne? So. Alles gut? Komm her. Ne? So, Leute. Einmal noch steigen. Und dann kommt der nächste dran, ne? So. 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 Nun kommt die Sylvia aus Mainz dran, ne? Hm? Jetzt tust du Sylvia nach Mainz, ja, ne? So. So. Komm her. Zweite Möwe. So. So. Du bist auch zu Sylvia nach Mainz, ne? Ihr beide, ja? Hm? So. So. Ihr beide. Komm her. So. Alte Möhre, ne? Hallo. Alte Möhre, sag ich, ne? So. Ihr beide geht noch Mainz, ne? So Sylvia, ja? So. So grüß dich. Hallo. Grüß dich. Alles klar? Ja. Wie gesagt, sie meint das. Du nicht, ne? Du siehst dich auch immer. Ne? Komm her. Wo bist du? Ne? Wo bist du? Wo bist du? Komm her. Komm her. So. Hallo. So. Wo bist du, hm? Ja. So. Bist du der Gründling? Ja. So. Und du bist die weiße Möwe, ne? So. Und ihr beide geht noch Mainz, ne? Alles gut? Alles ist gut, ne? Ja. Und jetzt war Mainz, ja, ne? Gut. Das war das. Ich bin Taschenprobe versuchen, ja? So. Siehst du mein Taschenhauer an? Wie bist du gefragt? Bist du der Taschenvogel? Ja. Ja. So. Alles gut? Alles gut mit uns beiden? Ja, ne? So. Hm? Bist du Rambo Taschenvogel? Ja. So. Ha, ha, ha. Wo bist du schon wieder hin? Komm her. Ha? Hier spielt die Musik. Jetzt nicht, ne? Jetzt nicht, ne? Jetzt nicht, ne? Ha? Jetzt nicht. Hallo? Hm? So. Das ist ein Trambo Taschenvogel, ne? Ja? So. Und Kussels Twei, ne? Oder Kussels Bier. Ja? Die untreue Tomate, ne? Der reist da, ne? Ja. Alte Angstfage, ne? So. Alte Angstfage. Alte Angstfage. So. Untertitelung des ZDF, 2020